Oh you, I'm a dude, I'm a dude, I'm a dude, I'm a dude, I'm a dude Könntest du aufhören zu dir so hyperventilieren? Das wäre super. Ich würde mich wesentlich wohler fühlen dann. Oh, okay. Da wäre auch noch eine Möglichkeit abzuhauen. Ja, Möglichkeit ist gut. Das ist der einzigste Ausweg durch diese... Oh, super. Das ist nicht gut für die Batterien. Überhaupt nicht gut. Das gibt es ganz schön. Was? Gott. Das Spiel macht mich fertig langsam. Keine Batterie, keine Batterie, keine Batterie. Okay, ja. Tee, welches Tor möchten Sie heute? Tor A oder Tor B? Hinter einem Tor verwirkt sich der Zonk. Steht da gerade einer? Okay, 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 alles klar. Chill, Bruder. Das, Ladies and Gentlemen, war nicht der Zonk. Oh, wieso muss es denn so fucking dunkel sein? Jawoll! Jawoll! Ich habe fast keine Batterien mehr. Supi! Okay. Könnten wir da lang, theoretisch, über die Kisten? Ignorieren wir die Geräusche. Kann ich hier runter und auch wieder hoch? Ich weiß nicht. Nein, ich wollte doch da rumlangen. Okay, ich kann da nicht langkriechen. Alles klar, wir springen ins kühle Nass. Irgendwas sagt mir, wir sollten uns beeilen. Nicht nur wegen den Batterien. Ähm. Ah. Danke. Und jetzt? Ist wir doch da hinten lang, oder was? Können wir nicht schneller... Ey, warte mal, sind wir hier gerade raus, reingekommen, oder? Sprich hoch! Lass dich nicht hetzen. Wieso? Bist du mich vergackern, oder was? Okay, ganz ruhig jetzt. Keine Panik. Wo bin ich jetzt hier? Hä? Das Spiel sollte man nicht spielen, wenn man Herzkrankheiten hat. Ich seh ja gar nichts mehr, verdammt! Oh, ich bin schnau. Toll. Oder? Wehe. Bleib ruhig. Super, dass es so leise ist, wenn man hier... Oh Gott. Das reinste Labyrinth. Wie geht's denn lang? Gott! Da lang, da lang, da lang, da lang. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ein Gebäude oben nicht einheißen. Die Batterie verbraucht. Jetzt hab ich schon wieder nicht auf die Zeit gekauft. Was? 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 Wow, das ist riesig hier. Perfekt zum Verlaufen. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Wow, das ist ein riesiger Raum, oder was? Super. Ich hör jeden Mal mit der Kette kommen. Das ist Fetty bestimmt. Wechsel schneller! Was denn? Ich laufe doch schon! Was zur Hölle? Oh Gott, das könnte ewig dauern. Welcher Part ist das jetzt? Keine Ahnung. Wie jetzt? Ah ne, doch, das ist das große Ding. Diesmal geh ich rechts rum. Kann ich eigentlich nicht irgendwie... Wieso croucht der? Ach, er schwimmt. Nein, ich kann nicht crouchen hier. Wir müssen ganz schnell einen Ausweg suchen. Wir können ihm hier nicht weglaufen irgendwie, blöderweise. Versuche es mal rechts rum. Wo muss doch hier ein Scheißausgang sein? Das ist jetzt testen. Ich höre ihn schon wieder. Will wenigstens einmal den Ausgang sehen, damit ich weiß, wo ich hin muss. ist das aus der ausgang oder sind wir da reingekommen aber er guckt in unsere richtung oder ausgang ausgang die kamera hier verbrucht man überhaupt keine batterien hier unten ist es wahnsinn wo zur hölle ist der ausgang man ja jetzt piept es wieder alles klar ich bin wieder am anfang irgendwie überhaupt nicht laut ich check hier gar nichts hier sind wir doch reingekommen super ok dann das heißt wir gehen jetzt mal geradeaus durch gehen wir jetzt noch geradeaus ja fällt mir echt nicht ein was ich erzählen sollte nichts fällt mir also ich will hier raus ich will hier einfach nur weg ich bin überhaupt nicht verwirrt was ist das das könnte sowas wie ein ausgang sein ja 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 aber wie kommen wir hier rauf schneller schneller auf auf war nicht nein wieso denn ich bin noch gesprungen verdammt nochmal ok dieser wissen wir wenigstens wo hin müssen oder nein wissen wir nicht mehr schon wieder vergessen schon wieder vergessen also da ist das helle die richtung müssen wir die glitzernden augen sind von fettig alles klar der bewacht das da hey hey was ist da ich kann mich ja nicht verstecken nirgendwo ok jetzt lauf genau 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 steam schweck 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 jetzt ist keine zeit dafür ok jetzt ok wie machen wir das jetzt Wer dich immer noch verfolgt? Wer bist du? Okay, okay. Wieso werde ich immer noch... Wieso diese Musik? Könnt ihr diese Musik jetzt bitte aufhören? Danke. Okay, das ist nicht gut. Mach die Tür wieder auf. Mach die Tür wieder auf. What? Du verdammter Wichser. So ein Arschloch. Oh. Super, Labyrinth. Hm. Hmm. Wer auch immer das konstruiert hat, das macht keinen Sinn. Nicht wirklich. Mailwort. Was hieß Wort nochmal? Verdammt. Okay, okay, okay. Ganz leise, du siehst mich nicht. Das ist eine sehr interessante Bauweise, muss ich sagen. Mailwort. Hä, hier... Ach man, wir sind ja immer noch in der Kanalisation. Ich will hier raus. Please. Okay, wir gehen auf jeden Fall nach rechts. Brrrr. Schön, wir gehen nach rechts, klar. Super Idee, Dude. Es ist wesentlich leiser, wenn man hier ganz oben drauf läuft. Oh Gott, dieses Licht. Endlich.